Klausel nicht, wollen wir schon mal rüber ins Bärscamp gucken? Jaja, komm mal. Abbie? Scheiße. Mist, ich muss mich zusammenflicken. Wo? Ich hab leider auch keine Granate. Oh, da ist einer und looted. Der geht rechts rüber? Ja, ich seh's. Mist. Ein paar Sekunden eher. Er ist down, er ist down. Oh. Oh, da ist noch einer dahinten, das sind drei. Passt. Ich dachte erst, jetzt gebe ich dir einen Headshot voll. Einer ist noch da. Ja, ja, ich muss mir eben meine Blutung stillen, sonst bin ich sofort weg. Warte. Der ist auch hinüber. Sauber. Nicht mit dem Commander, ihr Affen. Niedergeknüppelt. Oh, ich dachte schon, jetzt rein ich in eine Mine. Oh, hab ich mich als Erschrocken anger. Ja. Waffehelm, headspace safe. Wie schön. So. Oh, jetzt. Heilige Scheiße. Okay. Bist du schon rechts rüber auf die rechte Seite? Ja, 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 ja. Okay. Oh, ich weiß wo er ist. Ich glaube, da oben wo rascheln. Ah, ich seh ihn. Er ist da drüben auf dem, auf dem, auf dem Sniperfelsen. Den Hund hole ich mir, diesen Wichser. Bin dabei. Steck du noch ein bisschen ein. Ich, ich gehe rechts rüber und fange eine Granate hoch. Mit dem Sniperfelsen. Ah, ja, atme es. Fuck. Warte, mach ruhig. Sorry. Wo warst du, Beute? Ich kann es nicht sagen. Weiter rechts ist eine dumme Aussage. Warte, ruhig. Einen habe ich. Wie hieß denn der? Wird er den Fabrikplaner? Nee. Vielleicht Sven? Ja, ich nehme mit. Taugt zwar nichts, aber das ist noch eine Karte. Wenn die eine Tots haben, haben die immer eine Karte in der Tasche. Ach so? Hä? Ist das so? Jaja. Diesmal nicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Ach so? Da lügt er schon wieder, wie gedruckt. Sven, ich bin auch raus. Jaja. Klaus war angeln. Klaus war angeln. Oh, Steps. Mist. Er hat gerade das Magazin geknippt. Ich bin einfach nicht mehr. Töchter ist nicht zu. Ich habe ein sehr guter stair. Töchter ist nicht sicher. Aber ich bin sehr guter. Töchter ist ein manchmal boot, aber ich bin sehr guter. Oh, das war das, wenigeriscken. Alter, bist du noch zu retten? Die Beine komplett schwarz. Ich kann nicht mal meine Tasse bei den Schäufen. Ich mache das eigentlich ungern, alte 4 oder so. Aber hier, das war ja doch ein Trauerspiel. Das kann sich doch keiner reinziehen. Mensch, 18 Minuten, seid ihr denn noch zu retten? Das gibt es doch gar nicht. Ernsthaft, ich meine, als Gäff, du bist da vielleicht, wenn du Pech hast, eine Viertelstunde drin. Die Relation stimmt noch gar nicht. Alter, der hat mich erwischt, das gibt es doch gar nicht. Scheiße, los, da müssen wir hin. Wie nah war der? War es an einem gelben Ding oder was? Ja, drei Meter oder so was. Oben ist so ein kleinerer Stein bei dem gelben Bagger. Ach, ich wollte gerade abrücken, der hat ja schon geschossen. Siehst du hier eine Matze? Ja, ich glaube, er ist tot. Ja, er liegt da. Wie kann der mich da sehen? Wo hast du denn die SR-25 gefunden? Also. Oder hast du zwei Waffen mitgehabt? Wer? Oder wer liegt hier oben? Das ist, das ist. Ich habe nur eine Waffe. Jetzt war das. Jetzt hat es jemand gesagt, wenn man Alt-F4 drückt, ist man tot? Ähm. Ich hätte jetzt re-connecten können. Nee, du musst Alt-F4 drücken, damit du wieder reinkommst. Ach, die haben sie anders gemacht. Du lebst noch. Die haben ja andersrum gemacht. Genau, äh. Die haben ja raus, äh, Escape und Disconnect gedrückt. Ah, genau. Alles klar. Ach komm, wir machen Exit, oder? Also ich habe jetzt hier Escape von Tarkov. Ich habe Exit. Ich habe auch Exit. Ich habe Exit. Aber da habe ich drückt gedrückt. Das Trauerspiel nochmal von Homne am Arsch. So, und wie sollt sich Tarkov jetzt wieder geschlossen? Äh, bei mir auch, du. Ein Treppenhaus ist einer. Hast du eine Granate geschmissen, Klaus? Ja. Nein. Ich habe eine geschmissen Treppenhaus. Ja. Sven sagt nichts mehr. Den hast du bestimmt in tausend Stücke gerüstet. Nein, nein, nein. Ich bin ausgewichen. Ich habe nur bling-blong gehört. Bist du runter, Klaus? Bist du genau? Nee, nee. Nee, nee. Da kommt der Gegner. Ich muss noch eine placen. Klaus, dann kannst du. Dann bewache ich. Mach ihn platt. Also ihr seid alle oben, ja? Ja. Ja, ja. Wir sind ganz oben. Granate. Der wackeige Bude. Der Typ heilt sich. Dann könnte man eigentlich pushen. Klaus, du kannst... Minus. Okay. Das bin ich gewesen, Klaus. Ach, oh. Klaus, platziere. Platziere. Geh platzieren. Ich dachte, du wärst tiefer. Der habe ich auch gedacht. Über euch und überwache die Platte. Nach unten. Oh nein. Warum hast du nichts gesagt, Sven? Hat er doch. Es kann doch immer nicht wahr sein. Stimmt. Jetzt geht das jetzt. Scheiß spielt schon wieder zu. Klaus, wollen die mich verarschen, sag mal? Baut das bei dir auch? Nein. Nein, die war oberhalb irgendwo die Granate, oder nicht? Ja, ist ja einer bei euch, von euch in der Baracke? Nein. Im Holzstapel. Alter. Leck mich am Arsch. Ja, oder? Kommt, helft ihr mir mal. Hier kommt gerade wieder einer. Hier schmeißt wieder einer Granate. Das bin ich. Oh, schmeißt du keine Granaten hier in meine Bude rein, Alter. Oh, jetzt müssen wir es, Klaus. Ich will nicht nochmal Exit. Es bringt nichts, oder? Ja, ich guck jetzt mal. Viele Daten werden gerade bei mir geladen. Oh, mach mal. Mach nochmal. Klick nochmal das Spiel und dann mach Confirm Leaf. Alter, wir sind doch bekloppt. Natürlich, Exit heißt Spiel beenden, Alter. Ist eben hier bescheuert. Jetzt, wo ich das Folgemenü gesehen habe, wird es mir erst mal bewusst. Verlassen, bestätigen. Alles klar. Oh, nein. Oh Gott. Ey, dann packst du in keinem Video von dir, bitte. Doch. Das wird gleich prominent am Anfang des Videos passieren. Alter, sind wir bescheuert, oder was? Das gibt es doch gar nicht. Ah, da ist ein Sepp. Was? Was war denn das? Und wo kam der denn? Wir sollten uns geff. Hä? Nee. Spieler. Das ist ein Hypers-Käff. Nee, ja? Nee, das kommt aus Richtung... Ich bin tot. Das kommt vom Crack House. Genau, Crack House, wollte ich auch sagen. Na, aber bei mir auch nicht. Verdammt, Alter, nein. Aber von wo schießen die da? Auf dem Fenster oben. Auf dem Fenster. Nein, der ist im Gebüsch. Der ist im Baum drin. Der ist im Baum. Ey, hier liegt auch noch ein Päckchen Zucker auf dem Tisch. Was? Ich gehe mal rein. Vielleicht hat Klaus auch so ein Päckchen Zucker übersehen. Bestimmt. Tatsache! Tatsache! In der Schüssel, Klaus. Da lag es. Glückwunsch, Glückwunsch. Danke, danke, danke. Er fällt nicht drauf ein. Scheiße. Wieso nimmt er Alkali nicht mit? Wo ist er zu Geld gekommen? Was? Neureich. Richtig mit Alkali. Weiß ich nicht. Verkaufen. Aus allem kann man Geld kretschen. Ja. Alkali, was gibt es dafür? Zweieinhalb? Ne, verkaufst du halt der Therapist. Gibt es dreieinhalb. Keine Ahnung, was weiß ich nicht. Aber es sind immerhin dreieinhalb mehr, als wenn das Lot leer bleibt. Ja. So, na dann, auf geht's. Komm raus. Oh, hier lässt du auch das Silikon-Dings liegen. Hier wurde gelootet. Mal zu meinem Haus schauen. Wir sind schon fast wieder drüber in der Segemüde. Ach so. Aber du kannst ruhig zu deinem Haus schauen, dann warten wir halt auf dich da oben. Nö, nö. Nö, nö. Überquert die Straße. Du kannst zwecks Rapper. John, grüß dich. Herzlich willkommen. Wir sind ganz links am Fluss. Werner hält die Fahne im Wind. Wie ein Sniperhügel. Ja, sehe ich. Seid ihr das ja? Ne, seid ihr nicht? Aber schau'n. Au, 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 au. Wo sind sie? Auf dem Hügel. Auf der Seite. Minus. Bin tot. Boah, au. Es schießt noch einer. Ich dachte, ihr seid schon oben. Deswegen hast du nicht geklappt. Oh, bitte. Ich geh weiter links rum, Matze. Okay. Bin auf kleiner Höhe jetzt. Nein! Ich bin tot, Klaus. Hier saßt ihr drinne. Genau hier in dem Baum. Ja, ja, genau. Boah. Hier. Da, in dem Baum. Da zachert ihr. Okay, kommt mal hierhin. Ja. So, einer muss jetzt hier drauf springen. Ja. Hey. So, stell du dich mal hin. Stell dich mal hin. Du hast ja keine Ausdauer. Geh mal in die Hocke hier. Genau an die Ecke. Da, wo ich hin aeime. Ja. Ah. So, pass auf, pass auf. Warte. Nein! Aber genau, dann schrückt man halt genauso da rüber. Okay. Und jetzt hier ist der zweite Baum. Warte, ich zeig es euch. So, pass auf. Hier. Alter. Alter. Krass. Alter. Ey, irgendwie sieht man hier. Ich sehe dich. Also, wenn ich nicht wüsste, dass du da drin bist. Kannst du alles so blicken, ne? Ey, man sieht dich so gut wie gar nicht, Alter. Da guckt kein Schwein hin. Ey, du bist aber auch ein Profi. Du hast geübt. Gibst zu.